Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir Pyronik. Heute im Test die Blitzrums von der Iskra Line beziehungsweise Funke. Wir haben hier eine Schusszahl von 50 und eine NEM, hier unten steht es, von ungefähr 250 Gramm. Schauen wir noch mal ob das stimmt. Sollte hier auf der Seite stehen. Hier kann man es noch mal erkennen, 250 Gramm. Ja ich bin mal gespannt wie die sich so macht. Soweit ich weiß handelt es sich ja hier um eine Titanium Salute Batterie, hier steht es auch noch mal, mit farbigem Aufstieg. Naja, ich bin gespannt. Viel Spaß beim Test. und dann auf wieder zu können. Wir gehen jetzt hier hin, das Attacke, jetzt werden wir die Ja wir gehen jetzt mal. Vielen Dank.